Das Märchen von der Steuerklasse 6 für gesetzliche Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Welche Steuerklasse gilt denn eigentlich, wenn ich als Rentner arbeite? Ist es immer wirklich die Steuerklasse 6, wenn ich als Rentner einen SV-pflichtigen Job habe, also einen Job, der über der Geringfügigkeitsgrenze ist? Grundsätzlich gelten Lohnsteuerklassen nur für Tätigkeiten als Arbeitnehmer. Das sollte man sich erst mal merken. Sie sind relevant für den Lohnsteuerabzug. Das bedeutet, dass für Rentenzahlungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung die Lohnsteuerklasse völlig unerheblich ist. Dafür gibt es keine Lohnsteuerklasse. So sagt es auch der Bund der Steuerbezahler. Von der Rente wird keine Lohnsteuer einbehalten. Stattdessen wird die Rente mit ihrem steuerpflichtigen Anteil vom Finanzamt bei der Einkommensteuererklärung versteuert. Dazu hatten wir auch schon mal ein Video gedreht zu diesem Thema. Wenn Sie als alleinstehender Rentner noch nebenbei angestellt arbeiten, zum Beispiel monatlich 1000 Euro nebenbei noch verdienen brutto, dann greift für Sie die Steuerklasse 1 als alleinstehender Rentner, aber nicht auf die Rente, sondern auf Ihren Verdienst neben der Rente. Verheiratete können zusätzlich zwischen den Steuerklassen 3, 4 und 5 fehlen. Die Steuerklasse 6 spielt im Normalfall in solchen Fällen gar keine Rolle. Besonderheiten gelten aber bei Betriebsrenten. Da sollte doch der ein oder andere aufpassen. Handelt es sich bei Ihrer Rente zum Beispiel um eine Betriebsrente oder einen Versorgungsbezug, der vom Arbeitgeber gezahlt wird, muss der Arbeitgeber diesen Betrag anhand der Lohnsteuerklasse monatlich versteuern. Wenn Sie daneben, also neben dem Betriebsrentenbezug, noch einen Job haben, der nicht als Minishop pauschal versteuert wird, muss die Lohnsteuerklasse 6 für den Lohnsteuerabzug angewendet werden. Das wäre zum Beispiel so ein Fall. Grundsätzlich erhält ein Rentner mit einer gesetzlichen Rente und einem Job über der Geringfügigkeitsgrenze, nicht die Steuerklasse 6. Das ist erstmal die grundsätzliche Aussage zu dem generellen Irrtum, dass ein Rentner mit einer Steuerklasse 6 sozusagen belegt wird, wenn er einen lohnsteuerpflichtigen Job hat. Die Steuerklasse 6 wird immer nur dann dem Rentner zugeordnet, wenn er neben dem gesetzlichen Rentenbezug und dem ersten Beschäftigungsverhältnis noch ein zweites Beschäftigungsverhältnis hat oder neben dem ersten Beschäftigungsverhältnis noch eine Betriebsrente bezieht. Dann greift hier der Lohnsteuer, die Steuerklasse 6. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.